Jo Freunde, das ist euer Dekdekdeknikpro Ne, wisst glaub ich nicht mehr dabei wie ich scheiß Und jetzt gibt's eine Folge Massebilder Es ist uns geht los Game start Eine Sekunde Und ein Soda, müssen wir bauen Ja, moin Aus was soll ich denn scheiß Soda bauen Ok Ich brauch Wolle Ah ne Gold Ach, schon mal ein Schwamm, ich mir hast den Spongebob Soda So Soda, ich mach vielleicht Dann noch eine Runde, wenn das hier beschissen wird Oh man Ich bin so schlecht da drinnen Bauen Wenn ich mal Bock auf Bauen hab, dann mach ich sowas Sollte vielleicht Noch ein Soda drauf schreiben Bloß Hier halt bei Massebilder ist voll scheiße Weil irgendwie hängt der Block manchmal So Leute, habt ihr Bock, dass ich in der nächsten Folge Need for Speed spiel Schon cool Die Spiele hab ein bisschen schon angefangen Ja Und deswegen kann ich nicht so viel reden, weil Ich konzentriere mich auf das Ding grad Und Oh das fiel zu hoch 4 Minuten Scheiße Ja So Ja Passt eigentlich schon Also wenn das kein gutes Soda ist ey Okay Ja Ja Das ist das Problem Hier fehlen scheiß Blöcke Alter Bleib da Blöcke ey Oh Ja Ja Alter Wieso Gehen die Blöcke einfach weg Was ist denn das für ein Müll Was ist denn das für ein Müll So So Soda Ich mach halt hier eine große Dose Ich kann mal bilden demnächst Scheiß Scheiß Das ist voll scheiße ey Kein Wohl her, dass niemand das hier spielt So Scheiße Noch drei Minuten Komm 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 Scheiße ey Blöcke Einfach Ey Was ist das Hallo Kann hier mal stehen und kann hier noch eine Reihe Dann mach ich so das Zeichen drauf Ja Aber die erste regel bei ähm Master Builders es gibt immer einen schlechteren Jetzt brauche ich noch einen ähm Krass grauen Ja Bauch halt Ich bin gleich der Beste ne Im Master Builders So und hier Schmeiß hier einfach ein Schild drauf in der Stütze oder So Das war es alter Wo ist ein Schild Wo ist ein scheiß Schild Oh Immer muss man das suchen ey Hä Das ist ein Schildes Ja So ich habe versucht da jetzt Wasser rein zu tun Aber es funktioniert irgendwie nicht Nach einer Minute also wie ich einen Ballon machen musste ging das viel einfacher Das war so cool wie ein Ballon Ich glaube da wurde ich sogar erst ja So und hier muss ich eine komische Soda bauen Das sieht aus wie so ein Schwamm So eine Scheiße sieht das aus ey Ja Das tue ich nachher zu schnell Ähm Eier sowas damit die Öffnung da So Oh fuck noch 30 Sekunden Scheiße Nein So 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 das ist die Öffnung So das ist die Öffnung Ja ok vorbei Ja ok vorbei So Mal gucken wie das andere aussieht Ähhhhhhhhh Naja er hat nichts gebaut ne Äh Oh Oh Ja Hab ich was falsches gebaut Ah ja das ist ja gut gebaut aber ich glaube das sollte eine Soda sein Oh Jetzt mit mir drin Oh Ey das ist so gut Ich gib ihm Wow Ey mir fängs aus Oh ey Ah blau blau Oh ja 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 Nein nicht rot blau Wieso gibt die alle rot Oh du Paulberger Geil ich hasst dich Ja ich habe jetzt irgendwie gewonnen Oder hä Ich hab jetzt den Platz oder so genau So ich hab jetzt nicht gestanden aber irgendwie want the game Vielleicht war ich jetzt auch nicht Wo want the game ist Ja Also in 5 Sekunden geht es los Jetzt geht es los In 3 Sekunden 2 1 Jo Jetzt geht eine neue Runde So hoffentlich wird es so Scheiße Ah Tank und Panzer Aha Okay dann brauche ich es mal für eine Wolle Nein kein Schild So Wolle Ja die brauche ich So Uhhh Tanks kann ich nicht so gut So hier kommen die Räder Die Paulberger Räder von Panse Scheiße So Ja so ist doch gut oder Und hier noch ist dann so ein Rad So Ist doch kein Scheiß Block weg Hallo kannst du mal da bleiben Oh das ist ein Scheiß ey Richtig billig gemacht Zumal ist der Buildersfandy Ist billig Kann ich auf keinen Fall empfehlen Aber es hat halt Nerven dazu Dass die ganze Zeit ein Block verschwindet Boah man muss die ganze Zeit mithalten Wieso geht es immer weg Was habe ich denn Was hat ein Spiel für ein Problem mit mir Entweder ist ein Hacker auf dem Server und trollt mich Eben war das ja auch da So das wird ein geiler Tankerle Falls jetzt Blöcke verschwinden Hab ich keinen Bock mehr auf den Scheiß ey Oh ne das ist zu weit So mein Handy vibriert wieder Weil ich scheiß Blöcke abbaue Ich weiß nicht warum Alter So Hier kommen noch Aber man so muss ich in Ruhe bauen So jetzt geht es einigermaßen mit dem Blöcke verschwinden Okay Ne jetzt nicht mehr So jetzt Drei Minuten Scheiße Also Panzerkopf Kommt hier hin Der Cock Der Cock So alter Was sei das Das Spiel für ein scheiß Problem ey Das ist richtig am Arsch das Spiel So 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 Und jetzt das ROR Jetzt habe ich schon was ist ein Block abgebaut So 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 Und jetzt das ROR So 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 Hier kommen noch Bruchsteine hin So Ja Da ist Bruchstein Alter So Scheiße Wieso verbirrt man Handy wenn ich Sachen abbaue Das hat gar keinen Sinn So So Die Reihe wird offen damit man was hinter der Panzer fährt Die Reihe wird offen damit man was hinter der Panzer fährt Ein bisschen Licht ist auch noch rein So 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 Die ab Position Ich glaube die abbaut ist es gibt überhaupt keinen Sinn Und das was ich gebaut habe mit auch keinen Sinn Ja Ich habe noch Zeit Alles Wohne Ich schw besser Kann man es euch nur Glass Sonst decken die Schwerin Paul Berger Paul-Berger-Spiel Hier wird uns mal die Zeit angezeigt Noch eine Minute Und jetzt noch eine Falltür Komm, wo ist denn hier die scheiß Falltür? Wo ist die Falltür? Schnell jetzt Fall So So, Alter, das ist ein Schiff Alter, das ist ein geiler Tank, ey Zwar nicht mein Beste Aber hoffentlich sehr gut Ja, Mann, ey Ach, scheiß, ob ich immer Stress-Engine-Scheiß bauen solle Was passiert? Für die Sekunden vielleicht Irgendwas kaputt schießt, ey Das ist ein guter Tank Einsteigen, okay, vielleicht noch Nee, jetzt habe ich keine Zeit mehr für Sitzer Und fertig ist mein Panzer Gehen wir weg hier Wieso bauen hier manche gar nichts? Oder ist das ein fliegender Panzer, ne? Ja komm, ich bin nicht so Er kann sich gar nichts gebaut Oh, da muss ich das geben Es tut mir leid Oh, ist das gut Boah Ey, wieso, ob die orange-grün Ja, gibt grün Ja, ja Oh, oh, nein, nicht Was ist das für ein Paul-Berger? Der fand das perfekt Das ist geil gebaut Ich geb das Ich geb'n gut Ja, das ist geil Oh, Mann, ey Immer was ich Wenn ich denke, das ist schlecht Kommen anderen mit schlecht Und Boah Das ist gut Aber das sieht aus, als ob die irgendwie so ruckstoßen Und kein Schuss Aber ich geb'n trotzdem gut So Ja Komm, ich geb'n Ey, das ist eigentlich ganz okay Ja, naja Frag' mich, was das soll Ey, war's fail? Ich find's eigentlich ganz gut Und was ist das? Ah, noch ein paar, ne? Was? Scheiße Ey, wieso? Ich war doch richtig gut Ah, Leute Also, Leute Gebt ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat Irgendwurde ich rausgeworfen Vielleicht hättest du sogar gewonnen Also, ciao Leute эк Aus Wie Auch Ich war doch Oh, bueno Ich war doch Ich war doch Euer wear